so schauen wir mal was uns die natur hier noch so bietet genau die bandagen dort oben läuft eine krabbe aber die ist mir jetzt erstmal egal den nimmer jetzt mal in der hand gebäude unterstand den besetzen wir mal setze manchmal setzt man mal setzen wir mal setzen wir mal hierhingestelle angelegt jetzt brauche ich wieder materialien zum bauen und ich sollte dann nachher wieder was essen und was trinken aber das dann später gut sammeln wir uns erstmals holz und die blätter jetzt machen wir uns wieder hier so dann noch ein paar blätter und dann können wir schon weiter bauen wenn ich sollte man ganz kurz stein und das und die nehmen wir jetzt mal in der hand gehen wir mal hier in den wald so ganz viele den schleim nehmen mit blutblätter nehmen mit dann liegen noch stein rum die wir auf jeden fall noch brauchen werden hier dann war hier oben glaube ich auch was hier und hier dann dort unten und dort drüben habe ich einfach nicht mehr genügend platz gibt es denn sowas gucken ob ich es noch bis dort drüber schafft ohne dass ich jetzt hier verhunger gut gut gegessen hammer und getrunken haben wir jetzt erst mal noch was und noch mal eins davon und dann gucken wir noch mal holz stein haben wir noch mal zwei sperre gemacht den nehmen wir wieder an der hand und dann gehen wir noch mal auf affenjagd so mehr jagen erstmal nicht aber nicht genug platz was dann halt moment von dem was machen möchte ich im moment da kann ich doch hier erst mal einen pilz so hast du wie 500 gramm ja den sollte ich nicht essen den kann ich essen dann nehmen wir erstmal die haut nimmelt okay ich gucke noch mal ob hier jetzt bären gewackt sind endlich mal immer noch nicht gut bauen wir jetzt erst mal weiter da unten und dann brauchen wir ja auch bald mal einen richtigen unterschlüpft das wird unser nächstes ziel sein dann wenn der unterschlüpft fertig ist feuer das wird untermantelarbeit weil ich dafür dann baumrennen brauche nehmen wir wieder den hammer in der hand so und dann bauen wir jetzt erstmal unseren schönen unterschlüpft fertig 9 8 7 6 5 4 3 2 1 dach überm kopf endlich ein dach über dem kopf so muss ich nicht mehr unter dem freien himmel schlafen und habe etwas schutz vor unwetter kälte und wilden tieren wobei ich doch etwas skeptisch bin wobei ich doch etwas skeptisch bin ob da ob letztere sich tatsächlich von einem haufen ästen und blättern abschrecken lassen ich sollte mich jedenfalls darauf einrichten länger hier leben zu müssen es wird sicher eine zeit brauchen bis sich bis sie jemand losschicken um nach mir zu suchen und selbst wenn jemand unterwegs ist ich habe keine ahnung wie weit diese insel von meinem eigentlichen kurs ab gelegen ist ich kann nur hoffen dass mich jemand findet dass sie mich finden und während ich warte versuchen das beste aus dem zu machen was ich hier habe info nach dem errichten von gebäuden werden oft neue bauoptionen verfügbar nimm erneut den hammer in die hand und drücke rechte maustaste um herauszufinden was du bauen kannst mal gucken wie dann ich das so machen muss man schauen schöne gerade stelle ich würde fast sagen hier aber jetzt machen wir erst mal hier das viechtlein die kb und jetzt suchen wir noch mal eine schöne gerade stelle irgendwo auf dieser insel hier ich würde fast sagen wir werden dann später unser haupt unser haus mit bauen und alles im gebäude produktion lagerfeuer schön an zentralen ort ich habe die baustelle angelegt so charakter und schlafen und hole ich mir jetzt steine und gut holz brauche ich auch holen wir uns erst mal noch holz hier sind wir auch ganz wichtig noch in der ton ist jetzt nicht zu laut ich kann das gerade schlecht sagen zählen und bei fern 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 Na gut, gucken wir mal, 42 Äste, legen wir erstmal das Brot, lege ich mal mit hier hin, jetzt, so, zack, den Kiesel kann ich ja auch mit hinlegen, die Blätter, Haar, dann erstmal einmal, so, das Zeug am Ende liegt, das verschwindet ja nicht, und dann holen wir uns jetzt noch Steine. Und mit etwas Glück hier drüben den Kiwi. Da kommt Bärenwachs, ich brauche Bären. So. Und jetzt sammeln wir hier oben mal noch die Steine auf, die hier noch überall rumliegen. Und wir trinken einen Schluck, auch ganz wichtig. So. Aber kein Platz mehr. Neun Steine. Gut, sollt reichen. Dann sind ja auch wieder Pilze gewachsen, das ist auch immer wieder wichtig mal zu schauen. Weil als Nahrungsquelle ist es doch was Schönes. Wobei ich sagen muss, in echt, es ist keine Pilze, schmeckt mir einfach gar nie, da könnte ich jedes Mal würgen und halt so, aber naja, ne. Im Let's Play ist das, oh, im Spiel ist das oder was anderes. So habe ich noch irgendwie Platz, naja, kaum. Nehmen wir hier noch das mit, so. Ist am Anfang eben ein bisschen hin und her gelaufen, aber später wird es dann auch alles noch ein bisschen anders. Kein Platz mehr. Gucken, 33 Äste. Verbauen wir jetzt mal noch ein bisschen. Mal gucken, wie viel wir da noch übrig haben. Neun Stück, Elfe brauchen wir. Ich meine, ich schreibe mal ganz kurz was auf noch nebenbei. Gut, uns fehlen noch zwei Äste. Die holen wir uns jetzt noch. Gut, es reicht ja schon. Halt. Dieses Lagerfeuer wird mir Wärme und Licht spenden, aber natürlich muss ich es dafür erst einmal anzünden. Fragt sich nur wie, denn leider habe ich weder Streichhölzer noch ein Feuerzeug bei mir. Ich muss einen anderen Weg finden. Feuerstellen bringen nicht nur Licht, bestimmte Gegenstände können am Feuer benutzt werden, wodurch sie eine höhere Qualität erhalten. Zum Beispiel kann man dann eben Fleisch braten. Das ist eine Feuerstelle. Wenn sie brennt, kann ich hier Fleisch und Fisch braten oder sogar Brot backen. Um Gegenstände mit dem Feuer zu kombinieren, muss ich mich nur nah genug daran stellen und dann die Gegenstände ganz normal im Rucksack benutzen. Gut, ja, das ist das. Da habe ich das und das. Mal gucken. Ne. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, das ging auch ab und zu aus, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Sehr gut. Ah. Ja. Halt. So, dann braten wir jetzt mal Fleisch. So, dann nochmal das Große. Ne, den will ich nicht auf Taste 2 legen. Dann durchsuchen wir hier nochmal. Juhu. So. Nachdem wir jetzt ein Feuer haben. Mal gucken, ob ich den Unterstand leider mit dort hoch bekomme. Mal gucken, was wir jetzt als nächstes bauen. Ich wäre über viele Dinge jetzt eigentlich froh. Hm. Das kann man auch irgendwie wieder kaputt machen oder so. Na gut, ich lasse es jetzt mal. Ich laufe jetzt hier nochmal hoch und dann schauen wir mal, was wir jetzt noch bauen können. Da war der Unterstand vielleicht ein bisschen schlecht positioniert jetzt, aber egal. So, mal gucken. Gebäude. Immer nur noch die beiden Lager. Wäre ja nicht schlecht. Produktion, Lagerfeuer, Hammer, sonstige. Fackel und Zaun. Mal gucken, ein Lager. Bauen wir mal ein Lager. Das Lager könnte ich eigentlich hier hinten hinsetzen. Aber mal... Setzen wir uns mal doch hin. Ausstelle angelegt. Gut, ich esse jetzt noch was und dann würde ich sagen, ist die Aufnahme auch erst mal wieder vorbei. So. Speichern. Speichern. Und ich sage jetzt einfach mal, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Strande 2. Bis dahin. Tschüss.